Ein Ford Fiesta mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. 5 Personen haben in dem wendigen blauen 5 Türer Platz. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 82 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Daher ist ein Fales Bücher. Bis zum nächsten Mal.